Ich bin wieder allein. Jedenfalls besser allein als in schlechter Gesellschaft. Oh nein. Jetzt haben Sie mich verunsichert. Jean-Yves, gucken Sie mal. Und? Ich meine, ja, ich... Alles hier. Und wie? Ist schon klar, was wir hier machen? Ja. Wahnsinn, du hast es gemacht? So, jetzt hab ich aber richtig Appetit. Ich sterbe vor Hunger. Ich überlasse dir das Ziel. Nein, nein, nein. Kein Schischi zwischen uns. Ah! Der spinnt. Der Löwe! Das ist ja nur eine große Schwusekasse, verstehst du? Ah! Danke. Ah! Ah! Du hattest versprochen, mir Zeit zu geben, um es ihm zu sagen. Hm, ich hab nachgedacht. Ich werde es... Psst! 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 Also einen Labrador-Augen. Wie ich glauben konnte, dass sich eine Frau wie Sie für einen Typen wie mich interessiert? Das war dämlich von mir. Du warst zur falschen Zeit am falschen Ort. Das ist der Hochzeitsstress. Das ist normal. Alles wird gut. Untertitelung des ZDF, 2020